Zurück im Turm! Mi-Ra-G! Oder so. Äh, genau im Hinterhalt. Oh ja, da stehe ich ja voll drauf, wenn die von mir... Ach, ich glaube, dass das jetzt hier das macht. Äh... Gut, ich bin jetzt einmal sinnlos im Kreis gelaufen. Gehe ich jetzt mal krass von aus. Denn ich habe, als ich vorhin die Kisten gesammelt habe, beziehungsweise im Netzfahrt die Kisten gesammelt habe, habe ich links da die Tür gesehen und da war auch eine Treppe. Und ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass die Treppe mich nach oben führt. Heißt also, anstatt einfach diese dämliche Scheißtür zu nehmen und nach oben zu gehen, in den ersten Stock zu gelangen, nehme ich einfach diesen Kackweg auf mich und bemühe mich einmal um diesen ganzen verschissenen Turm. Ja? Warum? Weil ich Rotbarge bin! Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö glaubt mir einfach war ok was ich würde doch nie sagen dass er sich nicht was ich noch nicht Prozent 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 der darf auch noch der Lapp haben toll was sind das für Wächter alter ist er süß die Saut und irgendwann macht er der Monat siebte 100.000 K beckig der ich auch erlaubt Ich habe mich vielleicht noch mal mit Potions ein-decken sollen bei meinem Konto wäre eh so der reiche Bonsen reiche Bonsen von nebenan ähm, jetzt gehen wir mal hier nach So, mal, to that note Anscheinend schon, uh, das machen wir mal Wer auch immer sich diese Scheiße hat einfallen lassen, ja dass man sich, äh, ich sag mal dieses Labyrinth der soll verprügelt werden und gleichzeitig gefeiert, denn ich würde das auch schon machen Ist ja wohl ganz klar, warum Ey, damit ich den meisten Spielern voll auf die Eier trete, hallo? Ist ja wohl die größte Logik, überhaupt Ey, ich werde immer reicher, Alter Irgendwann, irgendwann bin ich, habe ich so einen goldenen Anzug einen goldenen Ninja-Anzug, ja Komplett in Gold, so schön glitzernd mit Platin noch und drum am besten auch mit Diamanten versehen Rubinen Saphiren Amististen Nö, Fisten gedacht, nö Ich hab nicht Fisten Fisten, T-H-Y Schlag's im Mörderbuch nach, ihr Kacken-Hups Bernsteine Obwohl die nicht wirklich selten sind Okay, der hat einen Self-wreckt, das finde ich ja mal gar nicht dürfte Oh, was geht hier lang? Da ist bestimmt eine Kiste Ein Höllenhund Ja, äh Ich hoffe, dir gefällt die kalte Brise Gibt das Sinn? Na, egal Ich will eine Kiste Scheiße Da krieg ich keine Kiste Da gibt es die Kiste drin Da gibt es die Kisten drin bei bayern und dies ja das sind tatsächlich die mumien wollte ich eigentlich anzünden aber die märzen immer so aus mein Lieblings Tod und die Vogel und die Hilfe Blitzer runter ich wollte zwar eigentlich vorm Weißmagier zaubern aber kann mich nicht ganz nennen ich bin reicher Bomben Torst Hammer äh 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 wie so ist das so schlecht Oh, der ist gut. Krasse Sache. Bitte. 7600 Gild. Licht klingt vielversprechend. Moooo. 10.000 Gild. Drachenpanzer, uh. A Drache-Panzer. A Döll. A Bräck mir auch nichts. Scheiße. Oh ja, Panzer aus Drachenschuppen. Hahaha. Fickt euch doch. So. Scheiße. Na, wie sieht die Lichtklinge aus? Zeig mal. Das sind nicht die Lichtklinge. Das auch nicht. Zeig die Lichtklinge gekommen. Spann mich nicht so auf die Folter. Oh, ich weiß nicht, ob das geht. Oh, orange. Cool. Was ist das? Kann ich nicht so auf die Folter? Nein. Ist hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Ich hör's. Jetzt muss ich ihn loben. Ich muss ihn wirklich loben. Mit der Finger um. Mit an die Hieber. Mach ich die Schaden. Äh, die, äh, die, äh, es. Mein Priester in Dingenskirchen macht richtig Schaden. So. Durch den, das fühl ich mich jetzt nicht unbedingt besser, aber, äh, naja. Jetzt sterbt alle! Brennt! Oder, äh, schmelt es wie nix! Oder, geh halt kaputt! So, raus hier. Wupp, 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 wupp. Fuck. Wie meint diese Vampire hier? Ich glaube, kalt kotzen! Nein, bitte nicht beißen. Danke. Nein. Nein. Ja. Triss das! Oh mein Gott, Sonnlicht! Es wär echt geil, wenn man Twilight so ausmerzen könnte. Ich mein, ich persönlich würd's feiern. Weiß ja nicht, wie ich den Rest der Menschheit btw- wie dem Rest der Männer so dabei geht. Ähm. Ähm, warte. Ist das falsch ausgerückt? Wie es dem Rest der Männer mit Geschmack geht? Ja. Ja. Na ja. Wie das auch. Meine Freunde sind gegangen mit dem Teleportal, um es euch zu überbringen. Okay. Sehr nett von euch. Denk ich jedenfalls. Sterbt alle mit einer Nacht. Oh Gott. Ich fühl ganz müde, ey. Meine Krassel. Ich wollte es ja spulen, aber... Tormirake. Äh, Stockzell. Oh, ich glaub, wir sind da. Äh, äh. Nee. Hä. Wohl kann sagen. Oh, pfff. Yeah. Über den Wolken, das Luftschloss, mit dem Teleportal, könnt ihr es erreichen. Okay. Erinnert mich so ein bisschen an mein Let's Play von Sword of Mana. Oh mein Scheiße, Scheiße, ist das geil. Die Sphäre, also die pusht ja richtig in. Oh mein fucking Gott. Ein Tatzelbohr. Hahaha. 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 Oh, Kisten. Gut, das wusste ich nicht mal. Ein Tatzelbohr. Hahaha. Doktor, man tut's. Hahaha. 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 5000-Gil. Protectring. 6.220, äh, 720-Gil. Und einen Heilerhöhlen. Hm. 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 Du warst voll geil. Geht du raus hier. Und natürlich zwei Dunkelreiter in die Arme laufen. Oh, steh ja voll drauf. Hey, ey. Das ist ja voll mein Hobby. Koch. GORGO. GORGO. Das für mich. Das ist für mich fast ein... Das sind Schimären. Oder nicht? Wohl eher Schimären. Ja, aber schau's. Ich glaube, ich soll in die Ecke gehen und mich schämen. Ah, ihr geht! Töte das! Mach's weg! Das ist auch noch im Gang. Krieg ich noch mehr Kisten? Das wär ja wohl mal voll der Hammer. Boah! Portal zurück. Oder? Äh, äh! Woll ich mich verkack eiern? Wie, los, los, Stock 2! Oh Gott! Was ist das jetzt? Durch diese Glaskoppel kann die gesamte Welt überblickt werden. Feuer, Erde, Wasser und Wind. Vier nebulöse Kräfte strömern an einem Ort. Es ist der Mittelpunkt der vier Altare. Alta-Altäre? Altäre. Der Chaos-Tempel. Oh, scheiße. Okay, das ist also die Landkarte von Final Fantasy 1. Oh, das ist interessant. Das ist natürlich gut zu wissen. Von dieser Aussichts-Plattform könnt ihr die Weltkontinente überblicken. Toll. Wir sehen uns zu diesem Part von Final Fantasy 1 wieder. Bis dahin, schon was zu gefallen. Und wir machen. Ciao!